Wunderschönen Morgen. Es geht ab, Leute, ich schwinge mich jetzt. Ähm, jetzt ist sie gleich weiter zum Frühstück hier vorne. Da können sie ja auch mal zu den Fuß schwenken. So, Leute, wir haben noch ein Make-up gemacht. Wir fahren jetzt gerade so. Und dann drehen wir uns. Let's get started! Richtig kalt zu Dresden. Ich lass erst die mal verschwinden. Wie ist der Lappel? Du kannst auch die silberne Seite mal nehmen. Geht euch noch ein Stückchen nach links. Und zurück nach vorne. Alles gut. Hilfe, Hilfe! Wo sind wir jetzt gerade hier? Aus Hamburg. Levi ist traurig. Er lacht nicht mehr darüber. Lava, Merci. Lass uns auf, hier. Lass uns auf. Lass uns auf. Jetzt haben wir wieder einer drüber. Muy bien, muy bien. Leute, mach das nicht weiter. Mach das morgen. Wir suchen jetzt unseren dritten Spot, die Satellitenschüsse. Wir sind jetzt bei unserem dritten Spot eingekommen. Da haben wir schon Satellitenschüsse. Können wir noch einmal kürzen, was wir tapen? Mully! Beep-peepen... Beep-pepen-tapen... Aua, bist du krank? Sieh, das ist auf der Nichts-Kart-Fan, die die ja... So Leute, wir haben jetzt hier fertig gedreht. Jetzt fahren wir erstmal nach Hause und essen noch was. Bis gleich!